servus freunde wir sind hier wieder im welchen unterwegs und wir zocken eroberung klein obwohl klein doch ziemlich lange dauert aber manchmal hat man auch glück oder pech je nachdem wie man es sieht dass es doch ein bisschen schneller geht was mache ich eigentlich direkt durchgefahren alles durchprescht ja sämtliche löcher an häuser gebohrt scheißegal da scheiße ich doch drauf komm komm laden nachverdammt oh nice auch noch getroffen wenn das immer cool gelaufen ist oder coole musik scheiße dass da keiner aussteigt das blöde ist dass man es schlecht sieht wenn jemand aussteckt aber dann hätte man gesehen dass umstritten ist und da dies nicht der fall ist können wir jetzt erstmal getrost woanders hinrennen erstmal wohlgemerkt was kriegst du da so auf dem boden alles klar mit dir nein tötet ihn bevor er mich tötet ich will noch nicht sterben oh man scheiße das gibt es das gibt es doch nicht das gibt es doch echt nicht der typ hat noch vier ich hab ihm doch so viel schaden zugefügt mit einer verdammten drecks und sie mit einer verdammten drecks und sie hat er mich gekillt das kann ich nicht zulassen das kann ich echt nicht auf mich sitzen lassen die base haben wir immer noch ich hab Angst der hockt bestimmt jetzt hier irgendwo und wartet nur so auf seine beute ja geht schon los schön gesnipet wieder ich hab Angst wo sind sie denn überhaupt warum hilft mir keiner ich glaub da oben hockt der stirb verdammt nein man ich hab gedacht ich krieg ihn noch ich hab gedacht ich krieg ihn noch er wurde zumindest markiert hoffentlich geht jetzt irgendjemand hin und zeigt es den Typen hier wird die Base kann angegriffen dann würde ich sagen machen wir mal hier Verstärkung Junge ich muss mich verpissen schon wieder so gefährlich hier war da grad jemand naja das würde der Typ wahrscheinlich sehen mein Kollege hinten hoffe ich zumindest meistens zähle ich auf meine Leute aber meistens hilft irgendwie nix das ist das Problem meistens kann ich nicht auf meine Leute zählen ich versuch's aber immer wieder Mann mein nächster Schritt wär jetzt der Granatwerfer gewesen aber dazu ist es leider nicht mehr gekommen die überrennen uns auch förmlich die sind irgendwie viel besser organisiert hab ich das Gefühl das ist ja auch immer so ein richtiger Brennpunkt hier Alter die zielen aber auch echt geil Mann die zielen auch echt geil egal wie ich schieße die machen von Weitem Mega-Headshots und ich hab keine Chance aber vielleicht sollte ich mal eben eine andere Waffe ausprobieren ich hab vorhin MD-10 nicht das war glaube ich ne die war's auch nicht Mensch hier war's eine das war glaube ich ich weiß nicht mehr genau ich glaub die hier war's die war's genau die wollte ich mal testen die könnte vielleicht auf der Map geil sein ich weiß es nicht genau Spawnpunkt wieder perfekt bleiben wir mal hier aber vielleicht sollten wir auch ein bisschen Upside sein weil das ist hier so ein Scharfschützengewehr wo man vielleicht aus der Entfernung doch ein bisschen mehr Chance hat Junge Ah krieg ich nicht mehr ist schon zu weit weg der Typ vielleicht bin ich auch zu weit weg hier da steht doch einer also auf jeden Fall bohr man zwei Schuss es sei denn wahrscheinlich man macht einen geilen Headshot den ich aber meistens nicht mach Junge Mann Scheiße ich renne einfach um mein Leben irgendwo lang halt und da kommen sie auch schon wieder was haben wir denn hier noch bei ein Volver Mann Alter er ist schon wieder mit seiner scheiß Uzi und da achso das ist seine seine Sekundärwaffe der hat glaube ich die ähm Blackout ne oder wie das Ding heißt Scar ist auch geil ich weiß auch nicht man mit der MPX war ich eigentlich am geilsten unterwegs man sieht ja auch schlecht da es so dunkel ist sieht man echt schlecht okay die Base mal wieder eingenommen das ist gut drin ist scheinbar welche zu sein los hier rüber Mann nicht rum nicht rumginden hier passt auf den Schafschiff da oben ist noch einer schau oder hinten das bleibt einer verdammt amok evolution Ja, das ist unter Dauerbeschuss. Versucht gar keiner da oben zu übernehmen. Man kommt ja auch so geil hin. Das ist ja das nächste Ding. Man kommt einfach so mega geil hin. Junge Mann, ich würde ihn gerne abschießen, aber... Ach, scheiße. Du stellst dich hier aber auch so geil hin teilweise. Ich frage mich, was es bringt, wenn die hier so umherfahren. Weil ich kann die ja gar nicht anschießen. Junge, hier sitzt doch jemand drinnen, verdammt. Na, das wird nix. Verdammt! Schnell weg hier! Fick dich! Mist. Räudiger Mist. Naja, zwei haben wir noch getötet. Oder einen haben wir noch getötet. Besser als keinen. Aber wir sind schon wieder deutlich am Losen. Keine Chance, irgendwie. Keine Chance, ey. Die sind immer zu geil. Die sind immer zu geil. Das sind dieselben Leute wie im letzten Part. Dann sind auch schon die Gims. Die mega geilen Gims, die ja alles abräumen. Oh man, die sniper uns auch gleich weg hier. Die sniper uns auch gleich weg. Wie viele da sind denn? Auf dem Turm ist einer. Da! Ah, Mist. Scheiß, Mann, lad nach. Fuck. Brauche Hilfe! Mann. Fick euch. Ja, das hat keinen Sinn. Schön in Ruhe abknallen. Ja, das hab ich mir auch gedacht. Kann ich irgendwo nochmal einsteigen? Da kann ich mit rein. Aber die Karne, das bringt eigentlich nix. Weil, wenn du nicht mit denen zusammen zockst, also im TS oder Skype oder irgendwas bist, peilen die nicht, dass du ja auch an Bord bist und Leute abschießen könntest. Das peilen die ja nicht. Die peilen die nur, wenn du das den dreimal sagst. Obwohl man das ja sieht und hört, wenn jemand schießt. Aber umso meine Leute, das ist gut. Weil ich snipe trotzdem schon wieder irgendwo jemand. Ich glaub, das Snipern je mehr wie alles andere. Oh, Mann. Mann, 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 Mann. Man kann doch nicht mal wegrennen, ne? Man kann doch nicht mal wegrennen, ne? Komm schon. Oh, die heutigen Karren wieder hier. Oh, zu viele, Alter. Drei Leute oder so, ne? Drei Leute. Ey, sind die, sind die dermaßen in der Überzahl oder was? Ah ja, was ich mal testen wollte, weil ich ja immer nicht wusste, wie man hier Statistiker wurde. Es hat jemand gesagt, Optionstastung. Ah, okay. Boah, 10, 10 gerade machen. Das ist ja vollreudig. Das ist ja vollreudig. 10, 10. Das ist ja richtig schlecht. Und jetzt 10, 11. Traurig. Echt traurig. Aber ich komm hier irgendwie nicht zu mehr. Ich versuch's ja, aber es wird nix. Vor allem, weil man dann wieder nicht spawnen kann hier. Ey, der legt mich doch am Arsch. Muss wieder 100 Kilometer laufen. Da hinten ist einer. Stirb, du Pisser. Ja, das war's für dich, Kumpel. Das war's für dich. Oh, dann werden wir mal wieder sterben gehen. Das Snipern ist auch schon wieder rum. Da oben. Sichtungsbonus nur. Mann, ich will keinen Sichtungsbonus. Ich will Kills haben. Komm, jeder sieht ihn. Dann tötet ihn doch. Granate hab ich auch nicht mehr. Scheiße, hier kommt's auch. Boah, fuck. Schmerz, die räudige Nahkampftasse hier. Vorsicht, Panzer! Mord, einer ist am Boden! Ah! Mann, aber wie schnell die einen auch aus der Entfernung killen können, oder? Hast keine Chance. Du schaffst es nicht mal mehr, dich zu ducken. Stehst auf und bist tot. Bist einfach tot. Ja, die haben alle Basen übernommen. Das kann doch wohl nicht sein. Das ist echt peinlich. Peinlich für uns! Naja, aber wie hatten wir das schon mal? Es muss auch mal eine schlechte Runde geben, ne? 10, 12 oder so. 11, 12, okay. Naja, naja. In der letzten Runde waren wir viel geiler. Da haben wir 8000 Punkte gekriegt, ja? Und jetzt hier 2, 5, nicht gerade geil. Jo, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn ich das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen hoch da. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Tschüss! Trotzdem zweiter. ZE ZE Untertitelung des ZDF, 2020